so liebe freunde es war ja wieder weihnachten und es war ja auch eigentlich wieder recht schön aber ich möchte jetzt mein wort vor allem an die monzbilder mal richten und zwar es ist schön dass ihr für eure frauen immer was kauft aber ich habe mich jetzt mit den anderen unterhalten und jeder kriegt fast das gleiche und das ist ein problem und zwar leff zum end immer auf an akaten gutschein aus und das ist langweilig lasst euch einmal was einfallen sie fix die soll froh sein dass überhaupt noch was kriegt schaust er an also da muss ich jetzt einmal einhaken mir als monzbilder mir haben es einfach total schwer bei sowas das wisst ihr doch kaufst der ketten dann stellt sie raus ist viel zu lang kastern ohrring passt er nicht so der ketten dazu und kast schuh dann hast dieselben schuh schon im schuhschrank stehen und was das bloß nicht gemerkt also wie gesagt es ist einfach eine verzwickte situation und deswegen bin ich schon der meinung dass so akaten gutschein einfach da dann die beste lösung ist bei der ganzen schichte an weihnachten ja herr gott dann schaut halt einfach mal nein schuhschrank nein was für schuh drin stehen jetzt haben wir wortmeldung also also ich hatte ja dieses jahr überhaupt keine probleme ich habe meiner frau eine kette gekauft und jetzt haltet euch fest eine blauen stein mit einem braunen band dran und was soll ich sagen meine frau hat sie ausgepackt gesehen und sie war einfach begeistert das war ganz einfach naja begeistert wurde jetzt nicht aber es war besser wie der fön letztes jahr das stimmt schon also solange ich von meiner frau alle socken krieg kriegt sie an akaten gutschein also das jackett was mensch da mal frau kauft hat das ja doch schäme mich fast schon wenn sie schaut schon wieder nichts anmerkungen lassen also mein mode hört ihren ganzen doch bloß musik und deshalb haben wir gedacht dann kaufen einfach die nahen kopfhörer von der supermarke beats die sie bestimmt auch schon mal gehört haben und er trägt jeden doch erst begeistert einsatz habe ich sie ja wirklich drei doch schon auf aber irgendwie klingen die komisch ich weiß auch nicht Kopfhörer von beats vielleicht gefällt es meinen mal auch schreib es mir mal auf die war ich schlaufe gleich altes kwarf wenn ich herr ist jetzt pause endlich also dann fassen wir halt nur zusammen wir mons bilder können natürlich kreativ sei und uns was überlegen aber auf der anderen seite ist nicht so akaten gutschein immer die beste lösung weil da können da ich darf was er wollte da habt da einen spaß und da können da raussuchen was er möchte deswegen einen guten rutsch ins neue jahr und wir sehen uns wir sehen uns